Jo yeah und willkommen zur Auflösung des Giveaways vom Plague Opening Part 21 Und ja, das Video habe ich jetzt vor einer Woche hochgeladen, gestreamt, um es genauer zu sein Und ich habe eine Deadline gesetzt und gesagt, bis heute hat man Zeit und jetzt wird es auch aufgelöst Wir haben insgesamt 218 Kommentare, ist eigentlich ganz cool Ich habe hier ungefähr, ich meine 15 Items waren das und darunter haben wir dann jeweils um die 15 bis 20 Kommentare ungefähr Ähm, ja, ich möchte das Video jetzt nicht ganz zu lange ziehen, weil ich gleich noch streamen möchte Und da muss das hier noch hochgeladen werden Also, dann kommen wir mal zum ersten Item, Leuchten in den Augen, Gold Okay Wo haben wir dich? Leuchten in den Augen, Gold Wir sind ganz oben 10 Kommentare Ähm, ja Also Von 1 bis 100, eine Zahl Und Die Zahl zählt noch nicht, weil ich hier noch nicht generiert habe Jetzt zahl 1 bis 100 Generieren 44 Und das nächste wäre dann Ähm, der Gewinner In dem Fall sehe ich gerade 45 Und damit hat Jacka gewonnen Ups, ich könnte es mir mal aufschreiben So Erste Item Wäre damit Schon weg Checker Okay Kommen wir zu Item 2 Leuchten in den Augen, Rot Hier Die waren sogar relativ Ganz gut Was wäre Ich glaube, das eine war jetzt 500.000 Das andere um die 100.000 Oder 40.000 Also, naja Okay Leuchten in den Augen, Rot 1 bis 100 Und das ist die 34 Mal sehen Oh, 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 oh Und der Gewinner Scheint wohl Klar zu sein Josilort So Was mir persönlich noch wichtig ist Dass, äh, alle Gewinner Innerhalb von einer Woche Antworten Mit einem Charakter Auf Tula Chord Auf Imperium Seite Nur an den Charakter Werde ich schicken Wenn ihr dann Eine Woche lang Nicht antwortet Habt ihr Pech gehabt Okay Ist leider so Ich muss Ich mach solche Deadlines Weil sonst Kommt irgendwann einer In zwei Monaten Und sagt Ja, ich hab doch mal was gewonnen Und Ne Dann werde ich's neu verlosen Also Dann werden wir Beim nächsten Mal Stimmung Schmollen So 62 13 75 37 62 62 62 Dann haben wir ein Ja, nice Deadsocker So Machen wir jetzt so Zack Okay Okay Nächste Seite Die werden dann schon weg Ballwurf So Erstmal Generieren 88 Ballwurf Müssen wir eigentlich Hier haben Gar nicht so viele haben eigentlich teilgenommen Um ehrlich zu sein So 82 Sieht schon mal 86 86 Okay Okay Fingolbs Gratulation Wenn ich irgendjemanden übersehen habe Oder was falsch gemacht habe Sagt mir dann Nach dem Video direkt Bescheid Dann Kriegen wahrscheinlich beide das Okay Dann kommen wir zum nächsten Item BL28 Blaster Hier unten So 6 Ist ja mal eine ganz kleine 4 Haben wir schon mal Okay Und dann haben wir den Gewinner Florian Simrau So Okay Next Item Wiederverwendbares Jaragram So Okay Ist einer der längeren Kommentar auf jeden Fall Hier Okay Alle Anzeigen Generieren 47 50 Haben wir schon mal 37 62 89 63 47 47 Drei Schwerter Wer hat schon mal was bei mir abgeräumt So Java Gram Drei Schwerter Und ja Gut Kai Sikens Irgendwas Okay 14 Kommentare Komm Komm eine 7 Wollte ich noch sehen Also 13 Haben wir schon mal 7 3 Okay 15 Wir haben eine 17 Das heißt Dass der gute Erziehung gewonnen hat So Gedenkstatue von Rewan Ist ein paar Millionen wert Wenn ich mich nicht täusche Holen wir uns die Zahl 42 Die Zahl des Lebens Leben und Tod Haben wir Hier 19 Antworten 42 haben wir gezogen Na ich hab mich schon gewundert Fabi Walker Alter Das war so klar von dir Das war so klar Okay 42 Also 55 haben wir Naja dann eher 37 89 63 28 Komm 50 plus Ernsthaft Okay Dann haben wir Hier einmal eine 37 Unsere Zahl ist 42 Sind 5 Unterschied Und das nächste wäre glaube ich 55 Dann haben wir den Brownie Kuchen Alles Leute die ich schon Kenne von Feuering Giveaways Okay Dann kommen wir zum nächsten Item Unbaranischer Spinnenpanzer Okay 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 So Haben wir auch einige daran teilgenommen 30 Okay 37 33 Ist schon mal sehr nah dran Ich glaube wir haben jetzt Einen der schon gewonnen hat Der Jacker kriegt Ein zweiter Item So Das Item Unbaranischer So Der korrumpierte Eckley ist dann Als nächstes dran Ähm Ähm Ja Gut Gut Wow 50 Ne glatte 50 Also wir haben nur 56 Wir haben 49 Alter hat denn Oh 59 50 Hahaha Treuen kostet 6 LP So Das nächste Item Ähm Ja So Okay Kalaka Jagdbomber Simulator Ist mega viel Ähm Vom Preis gestiegen Als ich es damals Auch selber mal Für mich geholt habe Ähm Ist Jetzt glaube ich sogar 7 bis 12 Millionen Ich weiß nicht was es war So Da haben wir ihn Unsere Zahl Ist die 14 Also wir haben ne 12 Ne 13 Jacka macht überall Ganz gut mit Der nimmt immer Verschiedene Zahlen Weil er weiß Das So ziemlich Gar nicht Ähm Möglich ist Dass es Eine Zahl Doppelt dran kommt Naja Okay Daniel S Ist dann der Gewinner Okay Next Item Rishi Häuptlingshütte Kann ich euch sogar zeigen Wie das aussieht So nicht Ziemlich nice Ist ein Prunkstück Die kann ich euch auch nochmal kurz zeigen So Komm Gut Also Rishi Häuptlingshütte Okay Unsere Zahl Ist die 34 Also Wir haben schon mal einmal Die 37 Die 32 34 war es ne Dann haben wir Zwei Unterschied Und das wird dann wohl wieder Der Jusiloth So Okay Bleiben wir noch ein paar Items Über Das Mal Äh Wissen und Seite Schlag Welttechnikers Wenn ihr wissen wollt Ich habe die ganzen Items gezeigt Als ich Ähm Das Giveaway gemacht habe Im Pack Opening Part 21 Am Ende müsst ihr mal ein bisschen voranspulen In den letzten 15 bis 20 Minuten Zeige ich das alles Und ja Lacht Welt Technik ja Gut Unsere Zahl Ist die Hab ich Also jetzt noch nicht gezählt Ne 72 72 Boah Ist jeweils entfernt Das alle 82 Scheint 72 Das sind 10 Hier sind es 9 Ja Zocker gewinnt wieder Hätte er eine Zahl weniger genommen Dann wäre es witzig gewesen Hätten wir einen der 10 Minuten über ist Und einen 10 Minuten runter Okay Dann kommen wir zu den letzten Bait Items Darth Malgus Rüstungsset Äh Darth Malgus Ha Malak Malak Den haben wir hier Den guten Malak Oh Haben hier noch ein paar dabei 46 Boah Also Irgendwie Die Zahlen gefühlt immer so im selben Rahmen 46 ne Okay Wir haben eine 39 Sind sieben Unterschied Ja 45 Das sieht mir nach Trollen aus Also 46 Hier haben wir ein bisschen mehr 45 Ist ganz klar Okay Dann kommen wir zum letzten Item Zum Färbemodul Weiß-Schwarz Und Dann Ist es das So Da haben wir es Okay Na da wollen sie Leute was haben Okay Und Wir nehmen die 52 Also gemeinsam Mit 4 Unterschied Äh 50 Ja 52 Drei Schwerter Drei Schwerter Wir haben es zweimal mit 48 Ja Haben wir Okay Dann wäre das entschieden Ja Ich gratulieren Gratulieren Ich gratulieren Ich gratulieren Rest in Peace So Also Ähm Aus dem Stream Ihr habt ja im Stream vielleicht gesehen Wie ich einige Sachen in den Handelsmarkt gestellt habe Dazu zählen auch ein paar Items Die ich jetzt schon verkauft habe Nur mal kurz zum Darstellen Ich habe Dieses Alte mit dem Stream Für 7 Millionen gekauft Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche Und ich habe es für 21 Reingestellt Ist meins So Jetzt zum ganzen Kartellmarkt Gelabere Unbedenbar Charaktername War im Angebot Verkauft Ich hatte den Spaß Und habe es mir nochmal gekauft Und das habe ich selbst hergestellt Robert Das Kampfmasse Pierschers Für 2,45 Millionen Ist da eigentlich sehr viel Aber was soll es Also Ähm Ja Der Gute kriegt sein Vectron Ich weiß noch dass er es gewonnen hat So Zack Ja gut Das war es Ich hoffe es hat euch gefallen Ähm Kommentiert und abonniert Wir sehen uns Hoffentlich im nächsten Part Und An alle die gewonnen haben Bitte Bis Nächste Woche Das ist dann der 19 Äh 20 Ähm Bitte Einen Charakternamen reinschreiben Auf TulaCord Imperium Seite Nur da werde ich es verschicken Mit diesem Charakter hier Wenn es Irgendwas falsch ist Muss ich sagen Pech gehabt Und dann werde ich es neu verlosen So sind die Regeln Also Kommentiert abonniert Wir sehen uns im nächsten Part Und gleich wird Geh streamt Oh 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 Oof. Untertitelung des ZDF, 2020